Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce Shadow of the Phoenix. Ja, wir sind in der letzten Aufdabe-Session in Empyria angekommen und scheinbar mag man uns hier nicht, sonderlich. Also wir werden von der Palastwache aus allen Gebieten ausgeschlossen. Ah ja, und müsst ihr oben den Triadenhain erreichen, der ja gar nicht schwach, äh, beschützt ist. Gut, mal gucken, können wir irgendwie an der Stadtwache vorbeikommen? Der Sand war heiß, es floss Blut und Schweiß. Oh, hoppla, hey, ein neues Gesicht? Ihr habt nicht zufällig etwas Brandwein für einen ehemaligen Champion der Arena? Bei euren Atem wundert es mich nicht, dass euch keiner besiegen konnte. Ach was, das mit dem Brandwein fing erst an, nachdem sie mich rausgeworfen hatten. Rausgeworfen! Den großen Utsakan! Dabei bin ich unbesiegt. Und ich habe die Hälfte ihrer Kämpfer selbst ausgebildet. Und nun das, eine Schande ist das. Ihr wart Ausbilder? Könnt ihr auch mir etwas beibringen? Mhm. Für eine gute Lehrstunde brauchen wir einen guten Kampfplatz. Und da gibt es hier nur die Arena. Dann treffen wir uns dort? Das ist nicht so einfach. Die beiden Wachen am Tor zum Zirkusbereich, Tack und Carlet, die lassen mich dann nie wieder rein. Ich hatte das Pech, die beiden betrunken auf der Wache zu erwischen. Und ich, na, habe es auch noch gemeldet. Seitdem hassen sie mich. Sie wissen, dass sie mich nicht besiegen können. Aber sie machen mir das Leben schwer. Wo sie können. Sie sind an meinem Rauswurf. Aus dem Zirkus schuld. Das packt! Okay. Damit haben wir jetzt mal die Quest aktualisiert. Oh, einmal Gladiatoren-Training. Haben wir auch hier was Neues? Nein, wir wissen immer noch nicht, wie wir durch das Osttor kommen. Okay. Was gibt es? Erzählt mir etwas über den Zirkus. Na, gibt es nicht viel zu berichten, Kamerad. Der Kaiser freut sich nicht am Schauspiel und Kampf. Also festen wir Zirkusleute ein armes Dasein und hoffen, dass der nächste Kaiser uns besser gesonnen ist. Der Herr des Zirkus ist Serbio. Er betreut auch die Tiere, an denen sich Kaiserin Kaira so oft erfreut hat. Aber seit Kaira Todes besucht uns niemand mehr aus dem Palast. Es sind noch die Wachsoldaten und die wollen nur Blut sehen. Aber ich bin dennoch stolz, dabei zu sein. Zumindest war ich es, bis sie mich rausgeworfen haben. Ich und Serbios Tochter suche eine dreckige Unterstellung. Okay. Gut, das heißt, hier könnten wir nur mit Gewalt eindringen. Wir können es aber erstmal versuchen... Also ja, mit Hilfe von... Entweder Flink... Wahrscheinlich. Das wäre ja nicht das Ding über ihm. In den Tempelfürtel einzudringen. Such jemanden, der die Wache am Tempeltor ablenken kann. Ja. Weil ansonsten haben wir noch die Möglichkeit, mit dem Brief... Direkt Endo abzulenken. Da sollten wir durch das Tor direkt auf den Markt kommen. Und sehr interessante Hintergrundmusik. Ja, was kann ich... Nun los, der Palab... Sie hat nichts anderes zu sagen. Okay, dann so. Flink, was haltet ihr davon, wenn ihr euch nützlich macht und einige der Wachen ablenkt? Dann komme ich vielleicht unbemerkt durch eines der Tore. Ich soll für euch mein Leben riskieren? Wo ihr mich doch gerade an den Haaren hierher geschleift und mich zum Ärmsten der Armen gemacht habt. Nun soll ich euch auch noch helfen. Genau das. Ähm, das... Das ist gefährlich. Was ist mit meiner Frau und meinen 14 Kindern? Was soll sein, wenn ich nicht zurückkomme? Ihr habt weder Frau noch Kinder, Flink. Und wenn doch, sind sie besser ohne euch dran. Wie gemein. Naja, einen Versuch war es wert. Also gut, ich werde die Wachen am Tor zum Tempelbereich ein wenig ablenken. Aber dann sind wir quitt. Ihr müsst euch mit den Dietrichen beeilen, sobald ich die Wachen fortgelockt habe. Ewig kann ich sie nicht beschäftigen. Also los! Ja, wahrscheinlich wäre es am einfachsten durch den, äh, Bazar direkt. Weil wahrscheinlich würde der mit dem Brief direkt losrennen zu seiner Frau. Und wäre da eine Weile beschäftigt. Aber ich habe vergessen, was passiert, wenn ich mich mit der Wache hier anlege. Ob das gut oder ungut ist. Und wie ich dann weiter da durchkomme. Ederwachmann, stimmt es, dass du der Sohn einer Hündin und eines Schweines bist, hä? Na warte, dich kaufe ich mir! So, warten wir, bis sie weit genug weg sind. Ja, Dietrich verwenden. Das Tor öffnet sich. Gut, was sagt die Quest? Ja. Der Puppenspieler. Wo ist der Kerl hin? Verfluchter Hund! Ja, wir sind schon mal durch. Okay, der Puppenspieler ist niemand Besonderes. Oh, ein Botschafter des Roten Imperiums hier. Also, was passiert, wenn ich dich angreife? Ist das scheiße oder nicht? Aber bis jetzt hat er schon mal keine große Lust. Zurück mit euch! Zurück mit euch! Vorsicht! Okay. Hier gibt's einige Leute, mit denen wir reden können. Erstmal mit der Wache reden. Ach, und hier drüben scheint der Triaden... Achso, das ist eines der Portals zum Triadenhain. Das ist das zweite Portal zum Triadenhain. Das Portal, zu dem ich möchte... Halt, Nachbar. Krieger haben mir keinen Zutritt. Wie sollen eure Händler jemals zu Gold kommen, wenn ihr alle Käufer vom Bazar fernhaltet? Anordnung des Kaisers. Es tut mir leid, Nachbar. Ich mache die Gesetze nicht. Kein Zutritt. Geht weiter. Okay. Jetzt die Frage, wenn wir nachher an dem vorbeilaufen, wieder zurück, falls wir das so machen. Ähm. Ob er dann Akku wird. Dann reden wir erst mal mit dem... Der soll aussieht, als ob er der Obermacker hier am Tempel wäre. Mein Blut brennt. Keine Macht. Der Tempel. Was habt ihr? Dunkelheit. Kann nicht. Westbrook aktualisiert. Ähm. Wupp. Ja, Lyrios Visionen. Der Priester Lyrios scheint von Schmerzen und Warmvorstellungen geplant zu sein. Ihr solltet ihm helfen. Lyrios ist nicht ansprechbar. Im Tempelbezirk wird es sicher jemanden geben, der weiß, was ihn quält. Mhm. Vielleicht der Blinde. Jetzt gucken wir mal, was hier der Botschafter der Dunkelelfen macht. Seid ihr gekommen, um zu Noor und Zarach zu beten? Nein, so seht ihr nicht aus, Menschlein. Was treibt ihr hier in Empyria, Dunkelelf? Ich bin Dorkan, Botschafter des glorreichen Volkes der Norkain in diesem dreckigen Loch, welches ihr eine Stadt nennt. Und der Kaiser hat mich in seiner Gnade hier ins Tempelviertel verbannt. Wahrscheinlich hält er sich seinen feisten Bauch, wenn er daran denkt, wie ich zwischen all diesen Lichtbetern schmore. Hm, ihr seid sicher ein hervorragender Diplomat. Spottet nicht, Lichtkriecher. Der Tag wird kommen, an dem sich die Norkain dieses Land zurückholen, so wie es vorher bestimmt war. Was ist das nun? Okay, der hat uns nichts mehr sonst zu sagen. Also der ist nur schlecht gelaunt. Und ja, der Blinde, der hat jetzt ein Ausrufezeichen statt ein Fragezeichen. Also würde er etwas so ihm hier beitragen können. Seid willkommen. Habt ihr eine Frage zu den Tempeln, der Wächter? Einer der Priester, Lyrio. Er spricht wie im Wahn. Was ist mit ihm? Ja, der arme Lyrio wird von grauenvollen Visionen geplagt. Er braucht Traumwein, um seine Sinne zu beruhigen. Traumwein? Das ist Rotwein mit etwas Traumstaub darin. Es würde Lyrios Geist klären, aber Traumstaub ist verboten und schwer zu bekommen. Da ihr mich darauf ansprecht, ich bitte euch, helft einem blinden Mann und bringt mir etwas Traumstaub und Wein. Lyrio ist ein Freund und es schmerzt mich, ihn leiden zu sehen. Den Wein könnt ihr bei Boris bekommen, dem Weinhändler. Der Traumstaub wird unter der Hand verkauft, meist von Apothekern. Achtet auf Männer in grünen Roben. Ihr findet sie vor allem in dem schmutzigen Armenviertel vor der Stadt. Bringt mir etwas Traumstaub und eine Flasche Wein. Dann können wir Lyrio helfen. Okay. Oh, die Wache hier respawnt. Ja gut, ein zweites Mal möchte ich sie jetzt nicht unbedingt töten. So, jetzt ist die große Preisfrage, wenn ich hier rausgehe. Hast du mich dann? Scheinbar nicht. Gut, gut. Komm, geben wir mal Endur den Brief und knacken auch das Tor hier. Sind wir wenigstens so nett und helfen ihm mit seiner Frau klar zu kommen. Er ist übrigens schön vom Bazar aus, müsste er mich gut sehen können. So als kleinen Punkt. Ich habe eine Nachricht von eurer Frau, es geht da wohl um eine Fassade. Oh je, oh je, sie wird mich umbringen. Aber ich kann nicht nach Hause, unmöglich. Wegen eurer Wache? Ja. Nein. Eher, weil ich ihre Hochzeitsfibel verloren habe. Ich sollte sie zum Goldschmied bringen. Ich habe sie meinem Kameraden gezeigt und da ist sie mir entglitten. Sie rollte hier den Abhang hinunter zum See. Noch bevor ich etwas machen konnte, hatte sich einer der Kriecher das Glitzerding geschnappt und ist damit in seine Höhle geflüchtet. Diese Fibel ist euch also hier rechts den Abhang hinunter gefallen. Ja, ich hätte sie ja schon selbst geholt. Aber die Kriecher da drin fressen einen mit Haut und Haaren. Aber ohne die Fibel bringt mich meine Frau um. Ich bin verloren, ich kann nie wieder heimkehren. Das werden wir noch sehen. Okay, wir sollen ihm die Fibel besorgen. Dafür ist jetzt der Schlammwühler aufgetaucht. Ja, bei allem, was wir so machen können. Komm, wie kannst du so ein großes, fettes Vieh verfehlen? Vorsicht! Achtung! Verteidigt euch!